Hollywoodstar Al Peccino und seine Freundin Nor Alphala werden zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Das Paar ist seit April 2022 zusammen. Im achten Monat seine 9- und 20-jährige Freundin ist schwanger, Al Peccino wird mit 82 erneut Vater 1,5 wieder glücklicher Vater für Al Peccino. Imago Sapress, der Hollywoodstar und seine 9- und 20-jährige Freundin Nor Alphala erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Nur im AGO-Foto, so wird Al Peccino wieder Vater. Seine Freundin Nor Alphala ist mittlerweile im achten Monat schwanger. Nach Tochter Julie und der Zwillinge Olivia und Anton ist es das vierte Kind für den Hollywoodstar. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Robert De Niro im Alter von 79 Jahren erneut Vater geworden ist. Nun stösst sein Kollege Al Peccino dazu. Im A.